Da oben schimmert etwas. Jawohl, das brauchen wir jetzt. Fürs Erste. Ähm. Ich höre irgendwas. Ich habe allerdings keine Ahnung, was es ist. Achso, die Schalter. Ja, die Schalter. Nein! 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 Oh Mann, oh. Nein. Ich habe dich mal kapiert, Alter. Ich will weder speichern, noch irgendeine Division wiederholen. Ich muss einfach nur hier rum. So. Und was passiert jetzt? Jetzt nötig ich das da. So. Abtropfen lassen. Geschafft. Schnell. Bevor sie schließt. Das habe ich immer zu gerne. Ach, komm. Also, wieder zurück. Ach, komm. Und nochmal. So. Nein! Wie hier wirklich? Oh Mann! Die Sandsäule, das ist die blödeste Idee, die ich in dem kompletten Spiel gesehen habe. Ehrlich, hier in der Sandsäule hinzusetzen. Ähm. Danke. Geh mal dieser Schalter. Wisst ihr was? Das mal gehe ich, springe ich da runter und direkt da drü- durch. So. Da kann ich mich, da kann ich gar nichts aufhalten mehr. Also, dann ziehen wir noch den Hebel nach hinten. Oh Leute, ehrlich, ich sollte eigentlich nicht so langsam mal Schluss machen, um aufzunehmen. Ich meine, wir haben halb drei morgens. Das Wasser, es fließt ab! Gott sei Dank. Jetzt kommen wir da hoch. Ah, ich... Ich sehe, es kommt in dieses Projekt. Es ist das erste, das richtig mit negativen Bewertungen bewertet wird, weil es einfach... ...fast nur öde ist, da zuzuhören, wenn man... ...kritt zur Seite, Alter. Ja, ich sehe es kommen. Dieses Projekt wird das erste sein, das wirklich richtig saft negative Bewertungen bekommt, weil es eben einfach nur komisch ist, dem Online-Gerhard dazuzuhören. Eben, weil er ja eben jeden einzelnen Millimeter von diesem Spiel direkt genau kennt. So. Was die Serie bewegen, das werden wir jetzt gleich rausfinden. Ich spoilere nicht. Weil es könnte ja sein, dass es immer noch welche gibt, die dieses Spiel nicht kennen. Was allerdings eine... Wahrscheinlichkeit von knapp 13.000 Autos, das ist ja... ...ein 13.000. So, und dann muss ich darüber... Jawohl. Darüber muss ich... Hopp. Dann, hopp. Äh, das weiß ich nicht. So, daher. Und... ...jep. Und...jep. Und... Ähm, nö. So geht das nicht. Das blöde ist, ich kann mich nicht heilen. Lange hangeln, lange hangeln, lange hangeln, yeah. Müsst ihr auch mal versuchen. Lange hangeln, lange hangeln, lange hangeln. Oh Gott. Ist auch ein ganz schöner Zungebrecher. Hopp. Springen. Springen. Und... Runter. Fliegen. So. Jetzt passt da der Kasten durch. Klack. Genau. Jetzt passt da der Kasten durch. Ziehen, ziehen, ziehen. Schieben, 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 schieben. Hallo? Blüms. Was war denn das jetzt? Bleib dort. Keine Sorge. Mir geht's hier gut. Äh, willst hoffen. Fertig. Weil jetzt wird's wieder lustig. Hatten wir ja schon im letzten Part. Ähm. Nein. Hepp und hepp und hepp. Und dann machen wir hepp und hepp und hepp und hepp und hepp und hepp. So. Heilen. Ist immer gut. So. Ähm. Jetzt muss ich da links und dann den Block da runter schieben. Genau. Und dann schieben. Prinz schieben, nicht klettern. Schieben, 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 schieben. Platsch. Was zählt denn, zu was zählt denn das eigentlich? Zu schieben oder zu ziehen? Wenn mich mal interessieren. Klack, 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 klack. Da, da kommt es. Da kommt es zu mir her. Na ja, macht Behälter. Juhu. Hebt doch den Teuch so schön hoch. Das ihn jeder sieht. Das jeder weiß. Jawohl. Der Prinz von Persium, der hat den Teuch der Zeit. Wunderbar. Ach, war ja klar. Hepp. So. Ja, zehnte Hildes. Und dann, ausgerechnet, wenn einer da herkommt und es anhebt, ist der Wurm drin. Logisch. Oh, Geist. Ja. Bin schon richtig müde. Nach dem Part mach ich Schluss. Ich meine, das sollte dann eigentlich auch reichen. Zwei Death Space Videos aufgenommen. Und drei Mal Prince of Persia. Also insofern. Ah, das war doch klar. Und nochmal Metzen. Nee, oder? Mal etwas leiser. Weil beim Nachtrag kann es sein, dass meine Mitbewohner davon aufwachen. Das gehe ich natürlich auch nicht. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Oh Gott, ich sterb mich. Ich soll es doch nicht den da machen. Mach die da. Ich war mal sinnvoller. Irgendwie ist bei mir ein Lebenserzteil, wie gerade im Grafikpack. Oh Gott. Okay, die kann ich doch bloß auf die Art und Weise gerade machen. Stimmt ja. Wie lange geht der Kampf noch? Ich bin alleine. Ich kann mich nicht wehren. Ah, mit Zeitlupe geht's. Okay. Ach Gott sei Dank, bloß eine Kampfrunde. Oh la la. So Leute. Nach der Sonnwurge gehe ich. Nach der Sonnwurge gehe ich jetzt wirklich ins Bett hin. Okay. Speichern. Über den Bädern. Beim nächsten Mal fangen wir hier. Hallo Leute. Und erstmal vielen Dank dafür, dass ihr dieses Video komplett angesehen habt. Für den Fall, dass es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch oder auf mag ich klicken. Ihr könnt dieses Video auch auf verschiedenen sozialen Netzwerken teilen. Ihr könnt dieses Video auch zu euren Favoriten hinzufügen. Und wenn ihr überhaupt keine Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr meinen Kanal auch gerne abonnieren. Ich versuche weiterhin Videos zu machen in geregelten Abständen. Und ich hoffe, ihr bleibt am Ball. Und wir sehen uns spätestens morgen bei meinem nächsten Video. Und bis dahin. Tschüss. Euer Gerhard.